Hey, wetten, dass ich einen Ball weiter als bis zu diesem Baum da schlagen kann? Ich esse 20 Eier dagegen. Hey Trottel, ich hab doch gesagt, ich will das Eishockey-Spiel sehen. Also jetzt hört auf mit diesem tuntigen Golfquatsch und macht das hier drin fertig. Ganz ruhig. Betrachten Sie es einfach als Möglichkeit, den Krempel Ihrer Oma noch eine halbe Stunde lang zu betrachten. Also los. Aureihe, haben Sie da gerade einen Regenwurm totgeschossen? Möcht gern sehen, wie weit Sie kommen. Ist gar nicht so einfach, wie es aussieht. Entschuldigt, Ladies, ich bin kein Golfmensch. Ich sag Ihnen was, wenn Sie Ihren Ball weiter als meinen schlagen, dann machen wir uns sofort wieder an die Arbeit, damit Sie Ihr superwichtiges Eishockey-Spiel sehen können. Geben Sie mir den blöden Eierlöffel. Na, sieh sich einer diesen komischen Rückenkratzer an. Das wird zum Brüllen. Ich meine, guckt der an, wie er da steht. Das gefällt euch, Jungs, hä? Ach, du große Scheiße. Los, marsch an die Arbeit. Das Haus ist fast 400 Meter weit weg. Ist das gut? Das ist absolut unglaublich. Anfänger-Glück. 20 Dollar, das ist nicht normal schaffen. Ist gebongt. Das werden wir Penner mir aber bezahlen. Sie haben den Kerl da getroffen. Warum steht der Idiot doch da? Nochmal, doppelt oder nichts. Einverstanden? Ich hoffe, ihr bezahlt, Freunde. Hoppla. Also gut, vielleicht sollten wir besser wieder reingehen. Hey, du hast gewettet. Bezahl den Mann lieber.